Hallo mein Tümpfer, herzlich willkommen in diesem Video. Und zwar werde ich heute ein etwas anderes Video machen. Ja, ich werde ein neues Problem schaden. Das nennt sich... Ja, hier ist es okay. Heute habe ich Zughafen. A.k.a. es nicht bescheuert. Wir werden da ein Zughafen bauen und noch viel mehr Sachen. Also freut mich nochmal. So. Erstmal muss mein Minecraft starten. Und man... So, erst mal bis da. So. Ah. Okay. Guck mal hier. Ja. So. 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 Musik Soooo 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 So von hier Soooo los gehts Soooo Hmmmm Ok so das reicht So 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 Das das brauche ich gut schwimmer ne keine redstone ups so ich werde mal hier Wolle und hier rote Wolle und erstmal los los so erstmal ein klares und darf hier nicht raus fahren und hier erstmal mal wie ist das und rum ne viel größer muss es noch sein so 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 gut ich bin jetzt nicht der beste designer also so ne so so also das so 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 okay so 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 ich habe ein bisschen weitergebaut hier sieht man hier ist auch das parkzeichen hier ist ein fahrer hier schreibe ich noch mal ausfahrt und es macht gerade überall ich hab da hinten noch falsch geschrieben oh man oh man ich bin noch nicht wahr 1 20 100 1 2 2 3 3 3 4 3 ich zeige euch mal kurz wie das hier so das heißt oder eine pause Okay, so, jetzt mach ich erstmal noch hier und das sieht noch gut aus und dann das da. So, dann können wir mal, dass das nicht erkennt. So. Okay, so, jetzt müsste man das erkennen. Mach mal ein bisschen. So. Okay. Okay, so. Auch nicht zu lang machen. So, jetzt hab ich das mal raus. Okay, jetzt werde ich erstmal noch hier einen kleinen Raum machen für die Kinder, damit sie hier spielen können. So, ich hab das hier nicht, aber... Ja, ich weiß nicht, ich hab halt einfach Lust, hier rein zu machen und dann hab ich hier einfach so mal gemacht. So. Okay, hier kommt man hier rein. Hier hat man sehr viel... Oh, ich hab's deutsch. Hier kommt man rein. Hier hat man sehr viel Platz, auf jeden Fall. Kappa. So. 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 Das könnte jetzt noch reichen. Noch eine Reihe. Oh. Habt ihr grad diese Lack gesehen? Da... Das Licht wurde grad... Es wär grad stockdunkel da. Okay, so. Ich mach nur noch den Kinder kaputt und dann, ja. Da seht ihr die nächste Episode morgen oder wahrscheinlich auch übermorgen. Oder vielleicht auch in einer Woche, aber ey. Jetzt glaub ich nicht, so. So. Mh... Erst mal hier. So. 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 so gemacht. Kann der ... 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 Okay, hier noch ein bisschen, okay, hier erstmal ein kleines, ja wow, okay, das sieht jetzt nicht perfekt aus, hier, den Fernseher mache ich mal ein bisschen hier rein, mal sehen, wie ist das da? Ähm, Live-TV, aha, dann mache ich jetzt noch hier so, ähm, so und dann noch hier hinten. So, ähm. So, ähm. So, ähm. So, ähm.